Herzlich Willkommen zurück bei Anno 1701 in der History Edition. Heute mit dem Speziale, dem Szenario 4. Das Erbe der Vorfahren. Ich lese es nicht vor, es wird ja gleich vorgelesen. Glaube ich, hoffe ich, denke ich, vermute ich. Und bitte. Der freie Händler hat diesmal einen Auftrag für Sie, der weit über die gewöhnlichen Gefälligkeiten hinausgeht. Sie sollen für ihn dem misstrauischen Hohepriester der Azteken das Geheimnis eines uralten Schatzes entlocken, dessen Existenz umstritten ist. Es heißt, der Fundort sei gut versteckt und würde seit Generationen von den Azteken geheim gehalten. Ihre Aufgabe ist es, das Vertrauen des Hohepriesters zu gewinnen und ihm Hinweise auf das Versteck des begehrten Artefaktes zu entlocken. Sollte es Ihnen am Ende gelingen, dem Händler zu bringen, was er verlangt, winkt eine fürstliche Belohnung. Jawohl, ja. Wird gemacht, Chef. Habt ihr einen Moment? Ich habe da nämlich von einer unglaublichen Sache gehört. Man erzählt sich, dass in diesen Breiten einst eine Hochkultur lebte, die in ihrer Blüte ein Artefakt von unschätzbarem Wert geschaffen hätte. Dieses Artefakt wäre das Glanzstück meiner neuen Kunstsammlung. Die Azteken sind anscheinend die direkten Nachkommen dieser alten Kultur. Ich bin sicher, dass ihr Hohepriester Poxacoatel den genauen Fundort kennt. Nun, ich würde ihn ja selbst danach fragen, aber er ist seit meinem letzten Besuch nicht sonderlich gut auf mich zu sprechen. Naja, das ist eine andere Geschichte. Hier kommt ihr ins Spiel. Nehmt Kontakt zu Poxacoatel auf, findet das Artefakt und bringt es mir. Ich werde euch dafür großzügig belohnen. Suchen Sie die Insel der Azteken auf und reden Sie mit Poxacoatel. Finden Sie anschließend das Artefakt und bringen Sie es zum freien Händler. Natürlich machen wir das. Aber was wollen wir noch davor machen? Das nervt mich schon wieder. Das ist ja schon wieder hier. Was ist das denn? Na gut, dann müssen wir ja ein bisschen improvisiert die Siedlung bauen. So, dann machen wir hier nochmal was hin. Dann muss es reichen. So. Sollte ich jetzt zu ihm fahren? Begeben sie sich zur Insel der Azteken. Ja gut, machen wir. Ups. Ahoi. Kiss die Segel. So, so. Du willst dich mit mir über unsere Vorfahren unterhalten. Hm. Viele interessieren sich dieser Tage dafür. Ja, es ist wahr. Unsere Ahnen besiedelten diese Inseln schon vor langer, langer Zeit. Sie errichteten riesige Steinfiguren zu Ehren der Götter. Nun genug geredet. Ich habe viel zu tun. Denn wir sind mitten in den Vorbereitungen für unser Fest zur Sommersonnenwende. Aber wenn du uns mit ein paar Stoffen aushelfen könntest, werde ich dir später mehr erzählen. Klingt gut. Klingt gut. Ist doch stimmt. Ich kann ja gar keine Ahnung. Kein Reiseplan. Mit Steuerung und Shift. Äh, Shift meine ich. Eingeben. Wie viel kostet die Kapelle? Wie viel kostet die Kapelle? Ja gut, das können wir uns auch nochmal leisten, hier hinten noch eine hinzusetzen. Ja, meine Stadt beherbergt nun Siedler. Kapitän auf der Brücke. Äh, ja, meine Stadt beherbergt nun Siedler. Haben wir hier Eisen? Da haben wir Eisen. Oh, coole, äh, Leben wäre erstmal wichtiger tatsächlich. Ihnen stehen weitere Gebäude zur Verfügung. Ist das nicht die gleiche Insel? Naja. Oder? Doch, so ist das die gleiche Insel, die wir gerade auch hatten in der, äh, letzten Mission von, von der Kampagne. Let's build a jet. Come on, man. So. Ich weiß nicht mal, wo ich fünf oder drei haben wollte. Bin jetzt gerade zu voll, nachzugucken. Wir fahren ja jetzt einfach mal hingucken, was, was er haben will oder auch nicht. So. So läuft das doch schon ganz gut. Das kann sofort losgehen. Danke für die Stoffe. Also, wo war ich stehen geblieben? Ah ja. Der Eingang der Hauptstadt unserer Vorfahren wurde von zwei besonderen Steinköpfen bewacht, die einander in die Augen blickten. Damit die Götter darüber wachen, dass kein Feind die Stadt betritt, vergruben unsere Ahnen ein mächtiges Artefakt zu Füßen der Star-Toyle. Ah, ihr habt eure Sache gut gemacht und Poxa-Koate wichtige Hinweise entlockt. Nun sucht nach zwei sich anschauenden Steinköpfen und bergt das Artefakt. Ähm, okay. Dann suchen wir mal. Ich hoffe, das ist ja nicht alles hier schon. Land in Sicht. Fahrt aufnehmen. Die schauen sich nicht ein. Ein neues Eiland wurde gesichtet. Hier gibt's keine Statuetten. Wollen wir hier runterflüchten. Sie haben eine neue Insel entdeckt. Ah. Land voraus. Heda, was schleicht ihr so um meine Insel herum? Ich habe das dumpfe Gefühl, dass hier etwas im Schilde führt. Nein. Warte auf Anweisung. Wird ausgeführt. Kurs aufnehmen. Vielleicht gibt's noch eine andere Insel, auf der sich die Köpfe anschauen. Findet die Insel mit den Köpfen und errichtet darauf euer Kontor. Wenn's sein muss... Nein. Hiss die Segel. In die Wand, Männer. Fahrt aufnehmen. Wird ausgeführt. Ja, grundsätzlich könnte es natürlich das sein, dass wir jetzt ihn hier erstmal klatschen müssen. Wird ausgeführt. Oder irgendwie anders eine Übereintreffung arrangieren müssen. Hiss die Segel. Hiss die Segel. Wird ausgeführt. Sie haben eine neue Insel entdeckt. Kommen wir mal ein bisschen Werkzeug ein hier. Ohne Viechers. So, dann geht's einmal nochmal nach hier oben. Hiss die Segel. So. Ah, sehr schön. Mauer plus. Sie haben eine neue Insel entdeckt. Marmor. Nee, nix weiter. Das kann sofort losgehen. Wird ausgeführt. Da, 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 da. In die Wand, Männer. So, sehr schön. Dann geht's jetzt hier runter. Ich sagte... Kapitän auf der Brücke geht es jetzt hier herunter. In die Wand, Männer. So. In der Zwischenzeit hoffen wir mal, dass wir mal ein bisschen Werkzeug heranbekommen, damit wir unsere Insel weiter ausbauen können. Auch wenn wir es nicht müssen, weil ich das Gefühl habe, dass die Mission nicht so lange dauert, wie ich es jetzt vielleicht spontan gedacht hätte. Aber gut. Habt ihr herausgefunden, wo sich das Artefakt befindet? Nee. Ich bin ja so gespannt. Warte auf Anweisung. So. Kurs aufnehmen. Wenn wir da sind, dann geht's hier hochwärts. Sehr gut. Wir haben eine neue Insel entdeckt. Das ist er auch nicht. Kapitän auf der Brücke. Ertragreich wie immer. Der Besuch auf eurer Insel. Kist die Segel. Sehr schön. Land in Sicht. So. Dann jetzt hier noch die Schammelze. Hoppala. So rum. Und die Werkzeugschmiede. Dann können wir den hier wieder rausnehmen. So. Hier kommt hier noch ein schöner Weg hin. Und dann haben wir es. So. Das könnte es natürlich auch sein. Wir holen einfach mal ein bisschen Werkzeug. Jetzt setzen wir es mal hier hin. Weil theoretisch könnte es das sein. Ich glaube es da nicht dran, weil da ein Fluss dazwischen ist. Aber naja. Man kann es ja mal probieren. Und es kostet ja auch nichts. Außer ein paar Taler. Ah, hier ist kein Werkzeug. Ja, okay. Das kann sofort losgehen. Dann mach ich immer los, mein Junge. So. Habt ihr das Artefakt endlich gefunden? Schnell bringt es her, damit ich prüfen kann, ob es das Richtige ist. Das kann sofort losgehen. Bin unterwegs. Nahrungsmittel gehen zur Neige? Das halte ich ja fast für ein Gerücht. Komm schon. Ihr seid mein bester Kunde. Ein wunderbarer Stein. Leider nicht das, wonach ich suche. Solche Schätze gibt es massenweise auf. Kurs aufnehmen. Dann nehmen wir da kurz das Werkzeug. Nehmen wir kurz das Holz. So, Zuckerrohr können wir hier anbauen. Ich hab mit nichts anderem gerechnet. So, komm. Vier Tonnen Werkzeug, ey. Meine Güte. Ich hab einfach keine Geduld, jetzt hier auf Werkzeug zu warten. Das fällt aus, weil wegen... Ist nicht. Abgemacht. 330 kann man dafür auch nochmal weiter investieren. Kapitän auf der Brücke. So, hier. Rumbrennerei. Los geht's. Ne, Waffenschmiede brauchen wir nicht, glaube ich. So. Äh, hier. Sehr gut. Hier sind jetzt alle eingezogen. Das heißt, hier können wir die Steuern erhöhen. Dann fangen wir mal weiter. Ach. Fahrt aufnehmen. Kurs aufnehmen. Eine Insel wurde entdeckt. Buch. Einen Schatz sucht ihr. Einen Schatz sucht ihr. Ich bin hier der einzige Schatz weit und breit. Also bitte, stört mich nicht weiter. Ah. Kapitän auf der Brücke. Das, ähm... Das war traurig. Fahrt aufnehmen. In die Wandenmänner. Na ja, gut. Irgendwo müssen wir die blöde Insel finden. Warte mal, wir haben mittlerweile alle Inseln aufgedeckt. Ein Artefakt sucht ihr? Nun, ich mache mir nichts aus heidnischem Plunder. Für eine ordentliche Menge Tabakwaren werde ich euch erlauben, dieses Artefakt, das ihr sucht, auf meinem Eiland zu bergen. Na gut. 15 Tonnen Tabak. Kein Problem. Kommen sofort. Tabakwaren oder Tabak? Tabakwaren. Okay. Also Tabakwaren sind nicht Tabak sind, ne? Oh. Die gucken sich ja auch an hier. Das könnte vielleicht eine Möglichkeit sein. Aber da ist da sowieso Tabak gibt, können wir da mal ja hinfahren. Fahren wir mal hierher. Übrigens haben wir jetzt auch die ganze Map erkundet. Das finde ich auch sehr schön. So. Ach, ihr seid fündig geworden. Vielleicht ist das ja das legendäre Artefakt. Lasst es mich sehen. Schnell. Yeah. Horn aus Elfenbein an Bord. Hm. Elfenbein. Stets zu Diensten. Hm. Elfenbein. Ein Brand zerstört ihre Siedlung. Cool. Die kriegen das sogar selber gelöst. Hier muss ich noch nie mal was machen. Ähm. So. Fahrt aufnehmen. Eine Schule kriegen sie noch. Na okay. Kein Holz. Aber ja. Eine Schule würden sie noch theoretisch von mir bekommen. Einen Holzfäller könnten wir noch weiter abbauen. Hier im Zweiten. So. 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 Das kann sofort losgehen. Dann wird jetzt hier Tabak produced. Used to produce, to produce, to produce. Da, 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 da. Das kann es ja auch nicht sein. Theoretisch wäre es ja im Rahmen des Möglichen, dass die Figuren zerstört wurden. Durch Naturereignisse. Natürlich nicht durch mutwillige Zerstörung menschlicher Einflüsse. Ich denke, so wird das Spiel nicht raus sein. Haben wir hier noch Tabakbarren? Ja, zwei Tonnen. Ich denke aber, das wird genug sein. So, für euch gibt es kein Tabak mehr. Wir haben jetzt die Möglichkeit zu forschen. Geht das? Geht das? Kapitän auf der Brücke. Ja, 15 Tonnen Tabakwaren, ne? Das ist halt schon ein Schmackofatzker-Preis. Äh, wirklich. Das ist halt schon ein Schmackofatzker. Okay. 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 Das ist halt schon ein Schmackofatzker. Okay. 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 Dann lassen wir jetzt einfach noch mal so ein bisschen Zeit vergehen. Ich kann noch mal ganz entspannt was trinken. Achso, und was wir dann noch machen können. einen netten Screenshot. Und zwar nehmen wir doch dafür am besten das hier. Ach schade, man sieht die Truhe nicht. Ich halte gehofft, man sieht die Truhe. Dann machen wir es anders. Dann machen wir es so. Ja. So ist okay. Zwei Tonnen fehlen noch, fahr nochmal zurück, holst du dir nochmal. Da kannst du auch gleich noch das ganze Holz und, 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 und Werkzeug mitnehmen. So. Wie sieht es aus? Habt ihr die Tabakwaren dabei? Ja. Mein Schiff ist sofort da, da meine ich natürlich. Es ist sofort da. Sobald ihr die Tabakwaren geliefert habt, dürft ihr euer Artefakt. Und bergen. Also schön, ich halte mein Wort. Ihr habt Zugang zum östlichen Teil meiner Insel, damit ihr die Bergung des Artefaktes durchführen könnt. Ja, kein Problem. Dankeschön. Dankeschön. Ja, da stimmt direkt irgendein Dude los. Super Sache. Was weißt du, lässt mal der Tollzieher. Kapitän auf der Brücke. Ach, ihr seid fündig geworden. Vielleicht ist das ja das legendäre Artefakt. Lasst es mich sehen. Schnell. Na gut. Sieht schon sehr, sehr wichtig und artefaktisch aus. Du, 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 du. Kapitän auf der Brücke. Oh Gott. Ich kann es kaum fassen, dass ich dieses verloren geglaubte Artefakt zu guter Letzt tatsächlich in meinen Händen halte. Es wird einen Ehrenplatz in meiner Sammlung bekommen. So wird dank euch das Andenken an eine beinahe untergegangene Kultur lebendig bleiben. Wenigstens für mich. Oh Mann. Jetzt brauche ich nicht mehr sieben Minuten für eine Mission, sondern jetzt zwanzig. Muaah. Ja, super, wir haben das Spiel gewonnen. Also wenn das so weiter geht, dann wird das Let's Play doch deutlich kürzer als erhofft. Komm, wir machen die nächste... Der Fluch des Affengottes. Komm, die machen wir noch mit. Wir sind ja erst bei 23 Minuten. Da können wir ruhig jetzt hier noch eine zweite mit dran claimen. Randolph McCrane ist sich sicher. Er hat auf alten Seekarten den Fundort eines legendären Artefaktes ausfindig gemacht. Die sagenumwobene Insel des Affengottes. Auf sein hartnäckiges Bitten hin haben sie sich dazu bereit erklärt, seine Expedition zu begleiten. Und das, obwohl sich zahlreiche düstere Legenden um besagte Insel ranken und Randolph für seinen übermütigen Leichtsinn weithin bekannt ist. Jetzt, da ihr Schiff vor Anker geht, bedauern sie fast die Insel des Affengottes gefunden zu haben. Denn sie scheinen auf dem Eiland nicht gerade willkommen zu sein. Da gibt es nur eins, den Schatzbergen und dann nichts wie fort von hier. Warum geht es eigentlich schon wieder um ein Artefakt? Um die Kampagne geht es um Artefakt, um die Mission gerade eben gegangen ist um Artefakt. Jetzt geht es schon wieder um ein Artefakt. Artefakte sind scheinbar sehr begehrt zu dieser Zeit. Moink. Züpft ein bisschen auf dem Wellen das Schiff, oder? Aha. Das da drüben muss die sagenumwobene Affenkopfinsel sein. Ich hab's dir doch gesagt, dass sie hier in der Nähe ist. Und du wolltest mir nicht glauben. Hm. Also, den Hinweisen auf der Seekarte zufolge ist der Schatz bei einem Felsenversteck, der wie ein Affenkopf geformt ist. Dort, das könnte er sein. Hey, was ist das denn? Die Insel ist ja bewohnt, lauter Rothäute. Muss grad der Redhead sagen. Blechgesüchter. Dies ist heiliges Land. Die Insel ist dem Affengott Ikawa geweiht. Wenn ihr euren Fuß darauf setzt, werdet ihr den Gott erzürnen und sein Fluch wird euch treffen. Mhm. Was sagst du? Fluch? Papalapap. Gehen wir an Land und holen uns die Beute. Ich kann nicht länger warten. Die werden alle ganz schön Augen machen, wenn wir damit nach Hause kommen. Na, easy. Heben sie den Schatz des Affengottes. Bauen sie ein Kontor und erweitern sie ihren Einflussbereich mit Hilfe von Markthäusern. Sodass, dass, 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 dass der Affenkopffels darin liegt. Machen wir natürlich. Wir bauen ein Kontor an. Was immer ihr wünscht. Keinen Schritt weiter. Ihr wisst nicht, welches Unheil ihr heraufbeschwört. Kehrt um, wenn ihr leben wollt. Hm. Nichts da, alter Mann. Behalte deine Schauergeschichten für dich. Damit kannst du einen McCrane nicht beeindrucken. Ah. Ah. Ich kann den Schatz schon in der Sonne glitzern sehen. Gleich. Nun ist alles verloren. Ich spüre, dass Ikawa erwacht. Und sein Zorn ist unermesslich. Ist das da Blut? Ja. Wir haben es geschafft. Von wegen Flo. Alles nur dummes Geschwätzchen. Los. Hauen wir ab, bevor die Rothäute Ärger machen. Die kontert ihr nur. Ikawa ist erwacht. Hättet ihr nur auf den Tonkas Borte gehört. Der Fluch des Affengottes ist entfesselt. Nicht einmal die Rückgabe des Schatzes könnte Ikawa jetzt noch besänftigen. Egal wo ihr euch versteckt. Ihr werdet schon bald elendig zugrunde gehen. Oh nein. Unser Schiff. Jetzt sind wir auf diesem öden Eiland gefangen. Ich flieh dich an. Weiser Mann. Gibt es denn gar nichts, womit der Fluch gebrochen werden kann? Wir werden tun, was immer du auch verlangst. Hm. Nun gut. Der Tonka wird versuchen euch zu helfen. Hört genau zu. Einige der leuchtenden Fische und die Stämme des Eisenholzbaumes als Opfergabe könnten Ikawa besänftigen. Die Fische findet ihr in einem See hier auf der Insel. Das Holz jedoch gedeiht nur auf einem kleinen Eiland nördlich von hier. Geht. Wir werden inzwischen alles für das Ritual vorbereiten. Oh Gott. Ja, hier im Wasser tummeln sich diese leuchtenden Fische. Jetzt müssen wir nur noch schnell genug davon herausfischen. Bauen wir mal hier einen Marktplatz, ne? Lassen wir uns mal nieder auf der Insel. Holzfäller! Wie genial! Wow! So. Beschleunigen wir mal das Ganze. So. Zehn Tonnen leuchtender Fisch. Leuchtender Fisch. In dieser Warenkammer. Alles klar. Ich bin völlig mit den Nerven fertig. Kümmerst du dich um die Sachen für den Indianer? Klar. Hm. Irgendjemand muss es ja machen. Wer sollte es denn auch tun, wenn nicht ich? So. So. I need more wood. Juckt mir nicht. Kommen wir hier noch links und sitzen? Hier so ein Haus? Vielleicht? Geil. Los geht's. Los geht's. Let's build some houses. Macht schnell. Die Zeit wird knapp. Bringt Frauen und können da fort von hier. Ja gut, wenn so lange es nur da hinten ist, ist alles easy. Oh, die Häuser kriegen ja auch da wasch. Ist ja nicht so schön. So. Ich will euch den Fisch haben wir. Sieben Tonnen. Verdammt. Das Werkzeug wird langsam knapp. Wir müssen sparsam sein. Ich habe diese Werkzeuge eingesammelt, als ich nochmal die ganzen Ruinen durchsucht habe. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Durch und durch. Nicht schlecht. Ein Vulkan ist ausgeglichen. So tu doch was. Uns läuft die Zeit davon. Ah, gut. Ihr habt die leuchtenden Fische. Fail. Schnell. Gebt sie mir. Nun bringt ihr auch noch das Eisenholz. Rasch. Der Indianer hat seine Fische bekommen. Aber, mal ehrlich, würdest du dieses leuchtende Zeug essen wollen? Reißen wir die Fischerhütte ab und verwenden das Material lieber für den Bau eines Schiffs. Jawoll. So machen wir es, Schiffe. So. Ein Schiff wollen wir bauen. Dann bauen wir hier hinten doch erstmal... Ah ne, da kommt die Eisenproduktion hin. Hey, guck mal. Hier haben wir auch noch Fische. Scheint, als hätten schon einige vor uns den Plan gehabt, den Schatz zu bergen. Alles stümper, wie man sieht. Aber was sie zurückgelassen haben, können wir gut gebrauchen. So. Stoffe für das Volk. Du, 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 du. Ja, den Schiffen allein kann ich nichts ausrichten. Na. Macht schnell. Macht schnell. Na, 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 na. Bin schon dabei. Äh, Stoff ist unterwegs. Steigt grad. Wie hier hat Feuer gebaut. Frohe euch. Freu' ich euch. Die ersten Siedler lassen sich durch die Stadt wieder. Ja. Ja. In der Lehmgrube hat sich schon mal jemand zu schaffen gemacht. Hier liegt noch ne ganze Menge brauchbares Zeug herum. Deftig, kräftig. So. Gott, steh uns bei! Na gut, dann müssen wir jetzt noch mal auf die Ziegelchen warten. Also, lassen wir es einfach mal dazu laufen, wie es ist. Jetzt können wir noch eine Schmiede bauen, theoretisch, wenn wir das wollen würden. Weil der Affe macht hier immer noch Party, alles klar, warum können wir das hier wieder auf den Eis kriegen? Der Vulkan hat auch richtig Bock. Na guck mal, sechs Tonnen war ja schon. Ja, dafür wird es nicht reichen. Feuer verwüstet ihre Stadt. Ihre Insel wird von einem Erdbeben geschüttet. Ja, da kann er einfach durchlaufen, ne? Ich glaube schon. Ich denke. Ich finde es übrigens auch schön, wie die Leute hier alle so... Ich will nicht alle, aber hier gerade, da ist ja irgendwo einer panisch rumgerannt. Sehr, sehr amüsant tatsächlich. So. Let's build a small handling ship. Mit den Fischen allein kann ich nichts ausrichten. Ich benötige auch das Eisenholz, um das Ritual durchzuführen. Dann let's go. Let's go. Das Eisenholz. Das Eisen. Verbeisen. Komm. Sehr gut. Eine Insel. Hurra. Wir haben die Insel mit den Eisenholzbäumen gefunden. Gehen wir an Land. Schniel. Schniel. Dann lasst es uns mal die Eisenholzbäume klatschen. Wir sind bereit. So. Vierer haben wir schon. Ba, 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 ba. Bringen wir es dem alten Indianer. Äh? Sollte ich davon nicht zehn sammeln? Okay, krass. Das ging ja fix. Das ging ja auch fix, du. Das ist das Ende der Welt. Das ist das Ende der Welt. Es ist vorbei. Es ist einfach vorbei. Endlich habe ich, was ich benötige. Es ist höchste Zeit. Betet zu euren Göttern, dass es der Tonka gelingen möge, Ikavas Zorn von euch abzuwenden. Wie gutmütig von ihm. Guck mal hier, ein bisschen Fisch, ein bisschen Holz. Was hältst du davon? Voll geil, oder? Es ist vollbracht. Ikava hat die Gaben angenommen. Der Fluch ist gebannt, geht fort von hier, Bleichgesichter, und kehrt nie wieder zurück. Ihr habt genug Leid verursacht. Kein Problem. Unglaublich. Diese Rothaut hat es tatsächlich geschafft. Was rede ich da? Wir haben es geschafft. Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Wenn man sich etwas fest genug vornimmt, dann funktioniert es auch. Im Großen und Ganzen war es ein Kinderspiel. Da wirst du mir sicher zustimmen. Was ist denn? Hey! Bist du sauer? Hallo? Hallo! Hörst du mich? Hey! Juhu! Das haben wir also auch geschafft. Die Missionen sind dolle einfach. Also die sind wirklich sehr dolle einfach. Haben zwei mittelschwere Missionen in einer Folge geschafft, ja? Und wir haben theoretisch noch sechs Minuten über. Also es tut mir leid, dass die Folgen jetzt ein bisschen kürzer werden, aber ihr seht es ja selber. Was soll ich machen? Gut. Ich bedanke mich wie immer fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Vielleicht werden ja die nächsten Missionen etwas anspruchsvoller oder die schweren zumindest. Ich lasse mich mal überraschen. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und gehabt euch wohl. Werdes. Bis dahin, baut noch einen schönen Tag body, bei hoch- und m